Und damit Willkommen zurück. Ich habe jetzt erstmal ein kleines Päuschen gemacht, so zwischen der letzten Folge und dieser, so eine halbe Stunde. Und denke mal, jetzt kann ich wenigstens meine Gedanken ein bisschen besser ordnen, weil jetzt gegen Ende habe ich dann doch relativ viel übersehen, die mir so unterbewusst aufgefallen ist. Okay, und vor allem ist mir gerade was aufgefallen beim Wiederkommen. Mensch, die Schlachtnehmer brauchen sie ja hier. Wenn ich mich da teleportiere, wäre das echt Verschwendung. Ich habe ja gesagt, ich möchte die Schlacht hier schlagen, oder? Können wir das gleich machen? Na, perfekt. Na also, geht doch. Gut, dann machen wir mal die Schlacht mit Heinrich Kemmler. Das ist die Verstärkung, die erwartet wird. Das ist ja echt ein Witz. Okay. Der Knirscher-Gutstabber. Kemmler kommt zu dem Schluss, dass die Goblin-Seuche beim Marbats Grab am besten mit einem Hinterhalt zu beseitigen sein wird. Seine Diener warten. Ein Attentat auf die Goblinoiden. Denn, sobald sich die Grünen heute auf dem Weg zwischen den Hügeln nähern, wird der Leichenfürst zuschlagen. Mit total lahmen Einheiten. Oh, dear mei. Oh, nein. Wir können das nicht haben, können wir? Die Schäuern in dieser Schäuern, die Spirits-Essenz, die damals Marbad des Endels, ist meine, um zu verbrechen. Not für diese impudenten Goblins zu worship. What are to do? Wir müssen diese Schäuern auszuladen. Unbeheben diese Schäuern. Oh, ja. Mögen sie denken twice über die Spirits-Essenz auf den Barrens des Todes. Das ist richtig. Slay the Goblins, my wondrous whites, my warriors of bone, my monsters of nekrotic flesh. Do my bidding. Release them of life. Then the mist and shadows will form around me. A cloak formed of the stuff of night. Yay. Habt ihr die Begeisterung gehört, der Leute? Yay. Uh. Heinrich. Heinrich. Okay. Verfluchte mit Schilden vor. Was war das für eine coole Aufstellung eben? Ja, genau das. Alter, nochmal. Das möchte ich nochmal sehen. Ja. Das ist doch die klügste Aufstellung ever. Bitte hinten anstellen. Der Nächste, bitte. Der Nächste. Die werden nur einzeln in die Schlacht geworfen. Die müssen alle eine Nummer ziehen da hinten. Da hinten ist so der Automat, wo man die Nummer zieht und dann geht's so los. Alter. Herrlich. Einfach klasse. Es sind solche Augenblicke, die einfach... Hm. Wie in Vergessenheit geraten. Ich komme mir vor, als würde ich im Hinterhalt sein und nicht im Hinterhalt machen. So kacke, wie ich hier aufstellen... Stelle... muss. Hier geht nicht viel. Komm, meine Kavalerie kommt mal von der Richtung dann. Meine Gruftschrecken quetschen sich mal hier mit dazu. Auf geht's. Mein Mordeschrein läuft mal hier mit der Hauptarmee. Und meine Helden natürlich ebenfalls hier mit. Kennt ihr noch den Knubbel of Death? Ich würde sagen, er schlägt zurück. So, also nur ein paar Orkjurmes, ich bitte euch. Grün heute nähern sich dem Grab. Lassen wir die Falle zuschnappen. Alles klar. Alles bereit, Boss. Echt tolle Falle. Ich bin beeindruckt. Heinrich, das ist der beste Feinstaller, den ich hier gesehen habe. Wer geht denn da vor? Oh, der Fluchfürst. Na gut, so schlecht ist das nicht mal. So. Oh, die haben einen Schamanen dabei. So, rein da. Knubbel, zieh. Gegen die Ochs geht das, glaube ich, auch sehr gut. So. Liebe Kavallerie. Ihr kommt dann mal von da hin. Habe ich schon erwähnt, dass das die beste Hinterhaltsposition ever ist. Oh, wir können damit... Das vermisse ich mit Roland auch. Das müssen wir auch mal irgendwann mit Roland mitnehmen, weil dieser Fluch des Alters, der ist unglaublich nützlich. Gerade bei so einem Knubbelkampf, wo die Gegner auch geknubbelt sind, da geht es wirklich um Buffen und Debuffen. Und das ist dann so unglaublich effektiv, weil man alle Gegner und alle Verbündeten trifft. Das hat schon was. Apropos, wir können mal machen, ne? Ein bisschen heilen. Heu, dann macht ihr was. Ihr holt euch mal die Fernkämpfer, die Nerven. Die werden hier nicht lange standhalten können. Aus den Bäumen Spinnenreite. Was? Was bedeutet so ein Scheiß jetzt? Richtig schön durch. Jawohl. Seht ihr, die Normalfluchreiter sind auch sehr effektiv. Auch im Ansturm. Das sollte man nicht unterschätzen, nur weil der Wert zu gering ist. So, ihr seid jetzt fertig. Dann bestimmt hier noch ein bisschen rein. Und dann kommt man zurück zu den Fernkämpfern. Wo kommen die Spinnenreiter? Ach, das bisschen. Ui, bitte. Bei dem, was ich jetzt schon mittlerweile miterleben musste, ist das ja echt so... Ferien. Das sind gerade Ferien. Einfach nur Ferienzeit gerade. Heinrich Kemmler auf Urlaub. Das ist so gerade seine Urlaubsbeschäftigung. Mann, wir haben drei Verfluchte verloren. Yay. Und zurück und da drauf. Heinrich, pass mal auf, dass hier nichts passiert. Nachher ist... Du darfst noch irgendwas schießen. Aber wisst ihr was? Ich glaube... Ich geh da mal mit meinem Kammler hier rein. Ich möchte jetzt meine unaufhaltbaren... ...meine Welle der Vernichtung hier nicht gerade so bremsen. Das wollen die, glaube ich, auch gar nicht. So, kommt mal ein bisschen... Ui, das Beinrich wird aber auch gerade immer mehr. Wisst ihr was? Wir erstellen mal ein paar Verfluchte hier an Ort und Stelle. Dafür haben wir sie ja. So, dann debuffen wir nochmal schön. Oh, Goblins, Sperrträger. Das ist natürlich nicht das allerbeste gerade für mich. Machen wir uns noch ein paar Verfluchte dazu. Die haben wir schon mal ein paar. Ach nee, Moment, Skelette, Skelette. Okay, ja, stimmt. Verfluchte waren ja nur von... ...Hellmann Gorst. Ich würde sagen, das war jetzt mal Kammlers Wochenendausflug. Das war ganz lustig. Regenerieren wir mal wieder ein bisschen. Wir sollten ja nicht zu viele Verluste machen. Bitte euch. Na ja, gucken wir den Einritter wieder zurück. Jo. Dann bräuchten wir jetzt eigentlich bloß noch ein kleines bisschen... Die Skelette haben tatsächlich Schaden bekommen. Irgendwann steht zwischen Skeletten und Verfluchten. Blitzmaster! So, dass Heinrich Kammler noch ein bisschen geheilt wird. Und die, das dürfte noch... Jo. Okay. Wir haben keine Verluste gemacht. Nicht einen einzigen. So, was sieht man doch gerne. Schön. Hey, und was habe ich dann für zwei Leute getötet? Denkt der sich wohl. Ja, komm, nehmen wir das Geld mit. Geschafft. Und wir haben jetzt bekommen... Mantel von Nebel und Schatten. Macht auch eine Fähigkeit. Kammler ist von einem dunklen Mantel umgeben, der wie von selbst wirbelt und tanzt. Was ist Gelände erfahren? Dass ich jetzt bei... Können die Gelände mal nie mehr bekommen? Von wegen hier berghoch, berg runter oder so. Und es gewährt mir Magieschaden. Ich setze ihn eh nicht als Kämpfer ein. Resistenzen. Na gut, physisch ein Geschoss. Verkehrt ist es nicht. Das Ding ist gut. Keine Frage. Keine Frage. Bei legendären Sachen soll man ohnehin nicht überlegen, ob man sie nimmt oder nicht. Ist der Mantel keine Rüstung? Ach, das ist ein verzaubertes Objekt? Also... Hm? Was haben wir überhaupt für mehr Energiereserve? Plus 15. Ganz ehrlich, den Stab... Wann mache ich mit dir Nahkampfangriff? Aber die Energiereserve, die würde ich gerne nehmen. Tolles Mann. Passt soweit in die Rüstung. Sex und Rettungszauber, physische Resistenz. Machst du das mal. Okay. Tja Heinrich, jetzt ist es doof. Jetzt stehst du hier drin. Und guckst. Kommen wir da rüber. Vielleicht können wir den noch so ein bisschen in die Falle locken. Okay. Ach du liebe Gott. Krieg, da hat er jetzt Erfahrung bekommen. Stimmt, da war ja was. Diese Quest-Schlachten bringen auch Erfahrung wie Schwein. Ach ja, noch gucken. Was gibt es denn überhaupt noch? Nekromanten da runter schicken. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Chaos-Gruft-Klingel plündert Karak-Buff da. Geht grad nicht. Es tut mir leid. Das hat damit zu tun, dass es nicht mehr da ist. Vampir in dir. Oh Mann, alles soll in die Zwergenprovinzen runter. Burgbastone kann ich auch nicht mehr plündern. Warum kriege ich die Quests eigentlich noch? Warum brechen die nicht ab? Nekromanten nach Mittenheim. Das funktioniert auf jeden Fall. Du bist ja ein Sender, und wir haben gebaut, oder? Die Kosten erhöhen sich ja jetzt nicht einfach, nur weil du weg bist, oder? Dann können wir wenigstens diese Quest-Bluttrinker mal machen. Und jetzt haben wir noch Grünbock-Plündern. Das mir gehört. Irgendwie, was Plündern angeht, kommt das Spiel nicht so ganz mit, dass das nicht funktioniert, oder? Das ist leicht schade. Ja komm, wir kriegen es noch für günstig. Der ist noch eingesetzt. Oder? Ich glaube, es wird doch nicht günstiger. Naja, es sind nur 2000. Hier unten bei dir wird ja auch alles in Ordnung machen, hier, oder? Ich glaube, den Zug habe ich schon gemacht. Ja. Okay. Heinrich. Heinrich. Na gut, ein Punkt. Das ist kurz vor Max-Level. Wahnsinn. Mensch. Das hätte ich noch besser machen können. Ich kriege noch zwei Punkte. Ich hätte wirklich Ritter der Nacht noch voll machen können. Für Kavallerie. Gut, im Notfall nehme ich jetzt einfach mit Heinrich Kemmler dann fliegende Einheiten mit. Und Herr Mangos gibt dann andere, oder? Ähm, Hildbrand. Bitte. Euch Vampirfürsten mache ich doch immer gleich. Der sucht irgendwie nach leichter Beute und findet nichts. Oder er wurde verjagt. Machen wir mal die Führerschaft. Bitte. Wir wollen ja jetzt vorstoßen. Schaffen wir sogar diese Runde? Ja. Ja. Ja, die haben da ein bisschen was. Aber ich kenne da einen gewissen Knubbel des Todes, der der Meinung ist, dass wir das schaffen. Komm, das Ding schlagen wir selbst. Das ist mal was Besonderes. Das ist unsere Racheaktion an diesen Schweinen da. Ja, Schweine. Aber ich werde ihn wahrscheinlich wirklich tauschen mit Heinrich Kemmler. Flug-Einheiten und der Andere kriegt Kavallerie. Oder ich gebe einfach allen Flug-Einheiten. Ist auch okay. Ah ne, jetzt habe ich ja... Wird sich zeigen. So. Verstärkung. Äh, egal. So, ihr zieht die erste Aufmerksamkeit auf euch. Hier ist er dann hier. Das sind die Hände. Und ihr passt ebenfalls ein bisschen auf, dass alles läuft. Mordisch rein da rein. So, alles schön nah beieinander. Und los geht's. Dann kommt mal an. Ich lasse euch den ersten Zug machen. Viel Vergnügen. Das ist auch keine Falle. Ich schwör. Hm. Fürs Feindstellen ist doch Heinrich Kemmler da. Auch wenn er es nicht kann. Aber er ist zuständig für... Ist ja gut. Ich komme ein bisschen gegen. Ist ja okay. Ah. Wer versteckt sich denn da? Uiuiui. Ich merke gerade, wie viel das ist. Hm. Da haben wir ein bisschen was vor uns, würde ich sagen. Vor allem so viel Chaos bei Wurfext. Reiter, 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 Reiter. Ja, fegt euch doch. Das müssen wir ertragen. An sich sind es ja, glaube ich, die mit Wurfexten, die panzerbrechend waren, oder? Da haben wir es. Die mit Wurfexten waren panzerbrechend. Die normalen waren es nicht. Dankeschön. Wirklich freundlich. Schön ist, dass wir uns trotzdem regenerieren, so ein bisschen. Okay, ich würde mal sagen. Verhalten wir mal alles vor. Oh, da kommen sie sowieso schon. Bisschen Gegenstürm vorbereiten. Und ihr... Viel Vergnügen. Wir gehen da jetzt wirklich in einen Knubbel rein. Nicht zu weit aufteilen, einfach rein und Spaß haben. Wurde schreien. Heinrich Kamler bleibt ein bisschen hinten. Wird auch gleich so ein Altersfluch sein. Und irgendwas tut hier gerade unglaublich weh. Warum eigentlich? Aber gut, wir können relativ gut heilen. Soll ich es hochlegen sein. Heinrich Kamler hat auch irgendwas wehgetan. Was ist denn hier los? Ja komm, noch verstärkt. Die Idee gefällt mir. Aber wie fehlt euch sowieso noch ein Unterstützungsheld? Fällt mir gerade auf. So, hau mal rein. Hier schön stehen. Guck, dass ihr weiter unterstützt. Oh. Wen habe ich denn da vergessen? Oh man, ey. Oh fuck, ich habe meine Blood Knights total... Oh man, die habe ich total zerreißen lassen. Oh man, ein bisschen mitkämpfen kann es ja trotzdem. Oh man, ein bisschen mitkämpfen kann es ja trotzdem. Super, meine Blood Knights hat es total zerlegt. Was hat man davon, wenn man wirklich so eine Truppe hat, die nicht darauf ausgelegt ist, Kavallerie mit dabei zu haben? Da vergesse ich es einfach mal, dass ich überhaupt welche habe. Obwohl ich sie vor kurzem erst aufgestellt habe. Kavallerie brauche ich eh nicht versuchen zu verfolgen. Eigentlich würden es gegen die typen Normale Verfluchte wunderbar tun in großer Masse. Auch wegen ihren Schilden noch. Und die ganzen blöden Sperre. So, mal alles ein bisschen zusammen. Du hast das Problem, dass du sowieso zerfällst im Laufe der Zeit. Jetzt bilden die halt wirklich so einen blöden Trollkreis um mich. Oh egal. Jetzt wird geheilt. Ach, da ist noch der feindliche Kommandant drin. Versucht mal die zu kriegen, aber wenn sie gleich wieder wegrennen... Ja, das kann man vergessen. Das ist echt für ein Arsch. Konstant plänkeln. Irgendwann geht denen die Munition aus. Haben sie auch keine Lust mehr. Wir können ja gegenheilen. Obwohl auch nicht ewig. Aber die Munition geht ja doch relativ fix aus, muss man sagen. Ich bin froh, dass es sowas gibt wie Munition, die ausgeht. Ich denke, bei Warm Total War kann ich mich noch erinnern, da gab es auch... Da gab es einen realistischen und einen Action-Modus. Beim Action-Modus gab es keine Schlachtaufstellung vorher, aber es gab auch keine Munitionsbegrenzung. Dann habe ich sogar eine Zeit lang gerne gespielt, weil ich es gerne hatte, dass die Munition nicht ausgeht. Hier wäre es die Hölle für mich. Gerade als Vampir. Gerade so wie ich jetzt aufgestellt bin mit meinen Truppen, ich kann nur darauf hoffen, dass denen die Munition ausgeht und dass sie in den Nachkampf kommen. Ansonsten könnte ich da nichts machen. Die können mir immer wieder wegrennen. Die sind halt schneller. Ich komme da... Weil die so schnell sind, komme ich da selbst mit Hunden nicht hinterher. Wir kommen auf die Scheiß-Idee eigentlich. Fernkämpfer, die... ...sogar im Reiten schießen können und so schnell sind wie die anderen schnellsten Einheiten. Von der reinen Nachkampf-Fraktion. Alter, ich habe da total überrannt. Das ist echt die totale Trollerei. Ich schaue euch hier vor mich hin wie so Schafe. Hier entkommt man nicht. Stabile Bindung. Alles klar. Es ist tatsächlich so. Solange keine normalen Nahkämpfer mehr da sind, zieht sich der Rest zurück. Das ist irgendwie kaputt. Komm, weißt du was? Verfolgen wir ein gleiches Ziel mit dem hinterher. So, Helmangost. Bitte ein bisschen heilen. Helmangost. Das Chaos hat ja nichts gegen große Einheiten. Wir müssten wirklich auch mit massig Gruftschrecken einfach kommen. Damit würden wir die so übel überrennen. Die Regeneration ist auch super. Die Blood Knights haben sogar überlebt. Warum auch immer. Ausrauben, bitte. Dann campe ich hier einfach ein bisschen. Wir müssen erstmal eine Runde so überdauern. Dann reiße ich es nieder. Ich brauche mehr Mitteln. Der hat sich jetzt auch wieder verpisst. Wollen wir hier jetzt bevölkern? Mittenheim, Karoburg, Weißmond. Das Problem ist halt, dass ich irgendwann total die Übersicht verliere, wenn es zu viel wird. Dein Schüge und Ehrengrad. Wir könnten uns das gesamte restliche Gebiet noch holen. Wir könnten sogar noch hier Bretonja holen. Weißt du was, Heinrich, geh an. Du holst dir mal Karoburg. Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Mittenheim ist die Hauptstadt hier. Okay, weißt du was? Dann gehst du erstmal zurück, Regenriest nur kurz. Ach komm, komm, hol dir Karoburg. Ich bin sehr gut. Find mich, Grave Power. So. Dann gucken wir mal, dass wir das alles wieder vorantreiben. Vlad kann weiter sein Death Star aufbauen. Ja, ich weiß. Sehr gut. Es ist fertig. Baut vor mir. Hm. Ja, wir können wie gesagt in die Kommanden mit reinnehmen. Bei ihm als Helden. Wir könnten uns extra einen ausbilden. Wir haben jetzt mittlerweile wieder Platz. Vampire sind zwar auch ganz cool. Ich glaube, ich nehme Nekromanden mit rein. Jetzt kann ich wirklich welche ausbilden. Ich nehme wirklich sogar einen rein. Der rein dafür ausgebildet ist. Blatt. Zu buffen. Und seine Truppen. Problem ist, vielleicht lasse ich den Leichenkahn sogar weg. Herrscher der Toten. Genau das hätte ich nämlich gerne. Anrufung. Gut, der Leichenkahn. Hm, hm, hm. Du musst da halt ein bisschen hinterher tukern. Da kommt er irgendwann nach. Hm. Gut, mit Ausweichen hat er auch wieder ein bisschen Geschwindigkeit dazu dann. Vielleicht lasse ich auch wirklich den Leichenkahn weg. Weil ich meine, mit dem Pferd ist er auch ganz glücklich bestimmt. Klar habe ich dann diesen unheiligen Sogen nicht, aber wir haben ja eh ein Mordeschrein dabei. Und ich glaube nicht, dass dieser Effekt ja kumulativ wirkt. Aber den Herrscher der Toten hätte ich halt gerne drin. Und vielleicht noch jemanden, dass wir einfach zweimal die Anrufung von Nehek machen könnten. Äh, Nehek. So. Zacharias Jäger. Und wen gebe ich den anderen mit? Ja, die könnten eigentlich noch einen starken Kämpfer gebrauchen, weil sie selbst nicht gut kämpfen. Weil vielleicht ist es ja andersrum. Helmand Goss könnte wirklich noch so eine Vampirin gebrauchen, beziehungsweise einen Fluchfürsten. Hm. Die Vampirin war halt auch eine super Idee, um die nicht so heilen lassen, weil wie ich jetzt mitgekriegt habe, scheinen die doch aktiv heilen zu können. Warum habe ich das eigentlich nicht mehr mitgenommen? Energiereserve. Auf jeden Fall. Länger zaubern können. Und hier dann nochmal. Verbesserte, äh, Energiereserven, verbesserte Nachladerate. Hallo? Das muss man auf jeden Fall mitnehmen, bei jemandem, der so viel zaubert. Hm. Roland. Dann verursache mal bitte schönes Entsetzen. Unser lieber Manni. Oh. Ja, das ist ja, das ist ja wirklich Selbstmord, was du hier machst. Viel Spaß. Das braucht man nicht zu schlagen. So klar wie das ist. So kann man natürlich auch gut Geld verdienen. Ähm. Schaut's aus, ne? Wir haben sogar Plus. Ich könnte rein theoretisch sogar weitergehen. Komm, wir probieren's mal. Kolonisieren. Das haben wir zwar kaum noch drücken, sind sehr angreifbar. Was dürfte noch gehen? So. Wohin musstest du? Du musstest auch noch Mittenheim. Das war Bluttrinker, oder? Mittenland. Ja, Tatsache. Alles klar, Mama. Du kannst jetzt noch mal niederreißen, bitte. Entscheidende Niederlage. Was? So. Mal schön auf den Rasen gekotzt bei euch. So was sieht man doch gerne. Hä? Bitte, hier brauche ich halt keine Waffenkammer. Wir werden überlegen, ob ich hier zumindest Glitch-Swerträger in großen Massen mache. Oder doch Todeswölfe einfach, mit denen ich dann den Gegner schnell verfolgen kann. Sogar ihre Blöden. Aber ihr habt ja gesehen, die KI gibt auf, sobald alle anderen Nachkämpfer weg sind. Wir müssen uns einfach volle Kanne darauf konzentrieren. So stark es geht, alle Nachkämpfer zu vernichten. Und alle Fernkampf-Kavaleristen werden dann sich eh zurückziehen. Ich mache trotzdem was ungebäude hier. Nur für den Fall, dass wir mal sowas machen wollen. Hier haben wir ja unsere Runde und Fluganhalten. Wir können sogar den Weg gehen. Und sogar hier ein paar Wagenlöse dann machen. Okay. Du, mein lieber Roland, wirst du mal zurückgehen und dir ein paar Ghule wiederholen? Und durch anderes Zeug ersetzen. Ich meine, die normalen Skelett-Krieger bräuchten wir beispielsweise nicht, außer diese Wiedergänge. Skelett-Sperrträger sind klasse und Ghule. Und dann Skelett-Sperr... Ja, Skelett-Sperrträger, Ghule. Die normalen brauchen wir nicht eigentlich. Welcome to my God. Oh, stimmt. Ich habe da was ersetzt. Ich habe das ja anders gemacht. Hm. Da war was. Ja, wie machen wir das jetzt mit dir, Roland? Hunde? Oder nicht? Ja, vielleicht einfach nur mal massig Hunde. Weil die sind ja noch mal ein Stück schneller als die Fledermäuse. Lustigerweise haben die... Aber ich habe die noch nicht drauf geskillt. Ne, solange ich die noch nicht drauf geskillt habe, passiv, lohnt sich's glaube ich nicht. Dann nehmen wir den Sperrträger mit. Come on! Hm. Oder wir lassen es erst mal ganz weg. Wir können da Kosten sparen mit dir, Roland. Solange gerade nichts los ist. Für mich und diesen Mann. Uh. Der fuck, wer ist denn das? Hier können wir auch mal machen, oder? Einfach, dass wir mal das blöde Bausymbol weghaben alleine. Weil die maximalen Ausbruchstufen. Das war doch seine finanziellen Reserven dafür rauszuschmeißen, aber... Das ist mir gerade wert, wichtig sein Tuten. Hm. Hm. Vlad, du bist bald soweit. Das finde ich wunderschön. Die Welt wird in Blatt. Hier 45... Mit... Mit... Hälfte Geschwindigkeit mit dem gleichen Kandidat zu tuckern ist kacke. Ich lasse den auf dem Pferd. Das ist wohl das Beste. Letzt die Punkte lieber anderweitig ein. Gut, dann gucken wir, dass wir das noch voll kriegen. Ich kann natürlich auch Flugeinheiten mitnehmen. Einfach Flugeinheiten, um die Gegner abzulenken. Vielleicht wirklich drei Flederbestien. Um wirklich mal so drei Trupps Eisenbrecher ordentlich abzulenken. Während der das hier als Einknubbel durch... Fegt. Wäre eine Idee. Weil solange die Eisenbrecher ungestört werfen können... Also, es geht jetzt nicht ums Kinderkriegen, sondern wirklich ums Bomben. Tut's weh. Ich glaube, drei Flederbestien könnten echt nicht verkehrt sein. Also, macht Vlad dann da oben weiter. Alles klar. Dann müssen wir aber erstmal warten, bis Manni sich erstmal wieder so weiterholt hat. Alles so bingen. Oh Gott, nein. Oh, vage wollen Friedensabkommen. Ja gut, von mir aus. Wer war's, der jetzt hier gerade ankommt? Das sind natürlich die Scalinger. Nix da. Nix da. Karoburg Mainz. Damit das klar ist. Lass uns verstehen. Um dem Ganzen noch mittel Nachdruck zu verleihen. Ein bisschen hier entgegen. Wenn es jetzt klappt, wir können das da oben alles besiedeln halbwegs. Ich mache jetzt nicht den Stress mit den Nekromanten überall. Weil ich jetzt überall günstig baue. Ich gucke jetzt, dass ich überall einfach rausbaue. Nach bester Manier. Oh, ja. Ich weiß, warum. Gucken wir mal. Okay, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.